Ja, ich bin der Tschernische und ich weiß eigentlich nicht wirklich, was ich hier sagen soll. Ich bin am 20. Dezember wieder in Germany und dann sehe ich mein Ehlasche, mein Ganymetsche und sowas alles. Meine ganzen Hegele halt. Ja, und dann ist Weihnachten und ich bekomme einen Nintendo Wii, vielleicht weiß ich nicht, oder neues Handy. Und dann ist Silvester, da gehen wir in den Partykeller und dann saufen wir uns kaputt. Und weiß ich nicht.